Meine lieben Leute, herzlich willkommen bei einer neuen Folge mit der Axt im Walle bei Was ist Neu in the Forest? Und wir sind natürlich heute wieder hier im Hauptmenü drin. Das hat auch einen guten Grund, ihr wisst, das hat alles immer einen guten Grund bei mir. Wir legen los mit der ersten Neuerung, die hier in der Version 0.40 von The Forest hier, wann war denn das gestern hier erst erschienen ist, genau. Nehme ich einen neuen Cheatcode für das Hauptmenü. Ihr kennt hier den Iron Forest, vielleicht Vegetarian Mode, Vegan Mode, Meat Mode. Das ist Hauptmenü Klassik, Standard Modus, das heißt, wenn ich hier in der Tastatur für alle, die es nicht kennen, den Cheatcode eintippe. Iron Forest, bekomme ich hier oben im Menü einen Iron Forest. Auch wer das nicht kennt, Gebäude sind unzerstörbar. Ich mache Iron Forest wieder reingetippert über die Tastatur. Und was ist? Es ist wieder deaktiviert, ja. Vegan Mode, ja, sieht denn so aus. Ja, wer das nicht wusste. Iron Forest, genau. Geht auch mit den verschiedenen anderen Modi. Ich finde das super. Ja, machen wir wieder Meat Mode. Standard Modus von The Forest und jetzt ist neu. Das sogenannte Raw Meat Mode. Ich habe mich vertippt. Raw Meat Mode. Ja, das ist hier der blutige Forest. Viele haben sich's gewünscht, jetzt ist es hier. Eine sogenannte erhöhte Schwierigkeitsstufe. Ja, speichern ist in Ordnung, laden ist in Ordnung, aber wenn hier gestorben wird, ja, das heißt die Spielfigur nicht verzerrt in die Höhlen hinein, sondern wirklich tatsächlich gestorben ist durch ein High oder zweimal eben ausknocken, ist aus. Speicherstände werden gelöscht. Alle, alle Speicherstände, ja. Und es, ja, lässt sich wieder rückgängig machen, außer hier hat ein Backup, ja. Äh, noch ist natürlich dann drin, dass man hier das Spiel lädt, ja. Natürlich machen wir jetzt hier, äh, Meat Mode, ja. Ist, ja, in Ordnung. Wir laden hier auch mal einen Spielstand, auf jeden Fall, das war die erste große Neuerung hier in der neuen Version von The Forest 0.40. Ja, liebe Leute, hier sind wir wieder, ja. Äh, mit dem Regenbogen, das soll Glück bringen, das freut mich. 0.40 von The Forest zieht auch ordentlich aus, ja. Also ich meine jetzt nicht grafisch, natürlich auch, ja. Aber von dem allgemeinen Bild der Patch Notes, die ihr wie immer nachlesen könnt, auch forum.2 für forest.net, ja. Ist ein Haufen passiert, auf jeden Fall gut ist hier, ähm, die Performance angepasst worden. Das muss ich hier wirklich erwähnen, ich merke das auch, es stockt und rockt und hackelt ein bisschen weniger hier, ja. Äh, das ist ganz angenehm, finde ich auf jeden Fall gut. Es gibt eine neue, äh, wie heißt das? Neues Kunstobjekt, ja, so irgendwas, so Zeug, was eben rumliegt, ja. Ja, blutige Innereien, ich schätze erstmal irgendwo in den Höhlen. Und, äh, ich denke mal, das ist hier zur Freude von vielen Spielern, obwohl ich das persönlich noch nicht ausprobieren konnte. Mir ist kein Gegner noch über die Beine gelaufen heute, ne. Die Gegner sollen jetzt nicht mehr durch die Wände durchlaufen, ja. Außer die springen jetzt von Bäumen in die Basis rein, in die eigene, oder, äh, benutzen Felsen, um hier sich ein bisschen abzufiedern. Aber im Prinzip ist das jetzt so, oder soll es sein, laut den Entwicklern, ja, durch Wände durchschlüpfen oder klitschen, ist natürlich nicht mehr, ja. Im Allgemeinen beschreiben die damit, dass die KI der Gegner auch angepasst wurde. So, ist super. Wir kommen eigentlich jetzt zur ersten Endgame-Änderung. Das ist hier, die Buchseiten sind alle befüllt worden, ja. Das heißt, hier oben bei den Tabs haben wir einen ganzen Haufen Zeug, ja. Und auch die restlichen Seiten, die bisher unklar gewesen sind, sind jetzt hier verfügbar. Dazu gibt es natürlich hier direkt mal das erste Neu, nämlich einen sogenannten Nature Guide, ja. Da soll hier ein bisschen durch Flora und Fauna durch, äh, informieren, ja. Zuerst haben wir hier das Pflanzenleben, Seite 1, Pflanzenleben, Seite 2, ja. Und dann kommen auch die Tiere, ja. Dem einen oder anderen wird das vielleicht schon irgendwie direkt in den Kopf gekommen sein. Ähm, ja, das sind so Kästchen hier vorne, die man abhacken kann. Wenn man die Viecher gefunden hat, natürlich, ja. Ja, das heißt, hier haben wir eine Möbe, wenn ich jetzt, äh, eine Axt nehme. Ja, gut, die Möben, ich weiß nicht, äh. So, und jetzt haben wir natürlich, ja, äh, hier so einen Kopf. Und wenn ich den nehme, den Kopf, ja, äh, ich lege den auch mal wieder ab, habe ich hier längst unten, dass ich einen neuen Gegenstand, äh, erforscht, er konntet, äh, gefunden habe, wie auch immer entdeckt, ja. Äh, ne, nicht Inventar, das Überlebensbuch, ja. Wir gehen jetzt hier zu den Tieren rüber, äh, ja, und hier haben wir einen Hacken drin, ne. So eine, was weiß ich, äh, ja, eine Möbe, ja. Irgendwie so ein komisches, beflügeltes Möbentier. Jo, und dazu gibt's, äh, das kennen wir alle hier, ja, die Notizen hier sind natürlich hier Crafting, Übersicht. Und das kennen wir noch nicht, das ist die sogenannte Bestien, äh, Galerie, Übersicht, weiß nicht. Auf jeden Fall mit den Viechern. Insgesamt sind hier, denke ich mal, ja, vier Seiten, ja, das heißt, hier vier Seiten werden Gegner voll hinein gepappt. Ne? Gegner, ja, wie man sie eben entdeckt. Und darum meinte ich auch vorhin, mir ist noch keiner über die Füße gelaufen, ne. Ja, sonst hätte ich hier eine Eintracht drin, aber so ist das nochmal. Äh, ja, wir gehen hier rüber, wir haben ein, äh, wie heißt es, äh, Wassersammler, ne. Und im Wassersammler ist jetzt noch nichts drin. Die Neuigkeit ist, ich kann im Wassersammler den Füllstand des Wassers sehen, ja, visuell erkennen. Ich zeige euch das auch ein bisschen später, beziehungsweise eben am Ende hier, äh, meines Let's Plays. Das Ganze ein bisschen im Zeitraffer, ja. Ja, also wer das sehen möchte, wie sich das ein bisschen anfällt und man mitgucken kann, nur zu, ja, am Ende des Videos, äh, gibt's noch was schön aufgefülltes. Ja, äh, zur welcher Neuerung kommen wir jetzt? Äh, zum Hausboot, ja. Ja, äh, wie oft, ja, ist das Hausboot bereits in der Kontroverse gewesen. Ja, Hausboot, dies, rockelt dort, ich kann es immer noch herumschieben. Aber wir haben jetzt hier an und für sich noch ein Paddel, ja. Das kennen wir auch schon vom, äh, wie heißen es, andere Teil hier nochmal. So, jetzt geht das nicht ins Wasser rein, nee, komm mal, du, rüber raus, ja, so ist gut, so. Ähm, vom Fluss ist das, ja, da kennen wir das, ne. Und ich nehme jetzt mal hier das Paddel in die Hand mit, ähm, ja, genau. Und rudere mich durch. Das heißt, es steuert sich auch dementsprechend, ja, gleich hier, wie ein Fluss. Ja. Ja, wo auch ich hinflüsse, weiß ich noch nicht. Darum denke ich mal, ist gut, ja, äh, ich lasse auch mal aus und, ja, ich ziehe, äh, zu Fuß weiter. Wenn mich hier vorher nicht der Hai frisst. Ne, gut ist, ja. Jo, äh, hier waren ja auch mal Haie, denke ich. Oder liegen die da drüben? Ja, einer zumindest, ne. Den könnten wir jetzt auch hier mal zacken und, äh, Kopf und alles, ne, wisst schon, ne, dann gibt's den hier im Überlebensbuch. Ja, aber wir sind ja noch nicht fertig. Ähm, zum Hausboot möchte ich noch eins sagen, ja. Es ist jetzt auch endlich hier im Multiplayer-Modus verfügbar. Man glaubt es nicht, ja, es hat lange gebraucht, aber jetzt ist es soweit. Und hier, meine lieben, guten, ja, Mitkocker, siehe ja, Freunde, mittlerweile fast schon bei manchen, also Internetfreunde, ihr wisst schon, das ganze Gedöns hier. Ähm, gibt es hier eine Neuerung? Ja, die Katze will ja auch mal was wieder von mir haben. Raunst mich hier von der Seite an. Ähm, die Neuerung ist hier, ja genau, da hinten ist das ganz drin. Bei Hausboot, Floß und, ja, Andock, äh, Anliegestelle, so heißt es, ne, Anliegestelle, beziehungsweise eben einfach Stieg. Das soll ja zusätzlich, soll das ja auch gut sein, äh, meint die Entwickler, wenn es um das Hausboot oder um das Floß geht. Äh, nee, den will ich hier nicht haben. Da haben wir das hingepappt, das ist gut, ne. So, hier, äh, Prozedural. Das, äh, geht so nach vorn und ich mach hier einfach mal ein so ein Teil ran. Wir könnten jetzt auch mal hier rüber lenken, ja, äh, nee, den machen wir aber hier vorne hin. So, fertig ist, Taste E und, äh, läuft, denke ich mal, hoffe ich, ja. Auf jeden Fall soll das hier eine Anliegestelle, ne, für, äh, Floß und, äh, Hausboot werden damit ein- und aussteigen, ein bisschen einfacher ist. Ich papp das auch mal alles hier fertig dran, ja, äh, wir sehen uns gleich wieder, denke ich. So, gehen wir hier rüber, äh, noch, noch einer fiel, noch, denke ich hier, ja, so, fertig ist. Oh, das sieht jetzt auch ein bisschen hier zusammengerappelt aus, ne, so wie das zusammengekappt ist fast schon, ähm, warte mal, mal probieren hier. Ja, runter leicht, ne, rauf, nee, muss ich springen. So, ne, ja, müsst ihr selbst ausprobieren. Äh, ich, äh, nee, ich werde jetzt nicht hier zum Hausboot, will ich nicht. Äh, probiert einfach mal ein bisschen. Vielleicht, äh, sag ich mal, trefft ihr auch auf die blutigen Innereien aus dem Update, ja. Das ist auch nämlich schon wieder gewesen, ja, mit dem Update, ähm, aber jetzt geht's natürlich hier an den Wassersammler. Und die Mod AP ist auch schon wieder aktualisiert, beziehungsweise funktioniert das Teil bei mir hier ganz gut. Und, ja, so bleiben wir stehen, ich mach mal gut Wetter an. Ja, ordentlich, ne. Es kommt auch ein bisschen Regen und, wie gesagt, ich mach einen Zeitraffer. Äh, wir sehen uns dann wieder laut Hauptmenü in nicht mal zwei Wochen. Ja, bis dorthin, echt zack, danke fürs Zugucken, das ist gewesen. Die Ochs im Walde, ja, alles Gute, wie immer, Grüße an die Mutti und alle, die ihr lieb habt. Tschüss. Tschüss. ... ... ... ... ... ... Vielen Dank. Vielen Dank.